so freunde willkommen zum krieg 7 days hunting gegen phoenix nightmare welcome guys hello hello so wir befinden uns am ende des krieges und wir haben noch 14 angriffe die haben noch fünf das heißt jetzt kann man sagen wir haben es gewonnen und wir können das ganz gemütlich angehen und sind zweimal schlauzunge da das ist natürlich sehr schön sowas haben wir gerne heiße gut ja ich würde es tatsächlich mit diesem team hier machen warum erst mal meine truppen nicht dass ich mich gleich irgendwie verklicke und dann stehe ich da warum nehmen wir das team weil hier ist sehr viel multi bitter und ein spotter wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht zumal haben wir dann rot gegen schlauzunge dann ist sie weg wir haben maler kontrolle können hier gegebenenfalls forces wenn wir rain nicht am start haben den wir aber als schnellen boni entferner haben könnte könnte alles so einigermaßen hinhauen wenn wir da ein wenig rot kriegen dann gucken wir mal oh das ist aber schön da hatte jemand aber keine lust auf meine christine glaube ich okay wir schleichen uns an okay machen das erst mal so und so viel da hinten hin wollte ich jetzt erst mal nicht spielen das können wir einmal machen dass schlauzunge einmal auslöst das ist in ordnung geht ja nur auf krampus so so okay jetzt machen wir ray an an brauchen wir noch nicht wir heben uns das erst mal noch alles auf so okay krampus haben wir wieder an das ist gut rot kriegen wir jetzt auch das ist auch sehr gut so wir werden hier schon mal auf die pfefferflamme gehen weil die löst jetzt aus so und so dann ist da auch schon mal weg gut so er kann da von mir aus gleich auslösen wenn er will warte mal wir haben den spot jetzt noch an jetzt lass mich mal überlegen was macht ein zug noch was macht am meisten sinn wenn wir jetzt wir könnten jetzt hier pfefferflamme killen aber die ist ja im moment noch keine gefahr wir könnten jetzt ruby hier hinfeuern weil wir müssen ja danach erstmal wieder ein bisschen blau generieren um den spot neu anzumachen das heißt das wäre eine option ray können wir uns aufheben wir haben im moment kein rot um den spot dann wegzukriegen aber so würde ich sagen gehen wir erst mal hier hin gut so jetzt müssen wir gucken dass wir blau kriegen will den diamanten natürlich nicht spielen aber wenn wir die gelben jetzt spielen dann geht eine gelbe bombe hier hin der lila eine kaskadiert mit denen bringt die beiden hoch wir hätten danach ein blaues match was wir ghosten können oder hier unten kommt blau mit also tun wir das mal erst mal so gut passt auch erst mal so alles in ordnung machen wir das ruhig so ist okay pfefferflamme kann ja war vielleicht der andere weg wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen in dem fall aber gut so wir killen jetzt achso wir sind blind das ist natürlich nicht so geil dann machen wir das erst so holen wir uns hier das rote match okay dass das in der kombo kommt war natürlich schön jetzt nicht weiter stopp okay gut so dann lass uns mal gucken wir machen das an machen das an wir machen auch ray an so wir gehen auf ihn perfekt wir gehen mit ruby hier hinten hin haben dann hier die roten und dann haben wir das match gewonnen okidoki mein angstgegner schlauzunge ist am ersten bezwungen hier ok müssen wir kurz warten bis MIB da durch ist dann haben wir ein ein freshes board wir werden mal in der zeit gucken wie die defensive sich gemacht hat so 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 gar nicht erst angegriffen da 20 39 also zwei angriffe gebraucht ist ja immer gut also wenn da mindestens zwei stehen ist das immer eine gute sache da war es ein one shot ok black philip müssen wir uns gleich mal angucken ähm ok still victor da mal gucken also war dann doch nicht so geil war hat gut angefangen die defensive mit zwei angriffen aber dann ah hier acht das ist gut achso das war der letzte jetzt ok nur dingens ok 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 alles klar gut ähm natürlich auch hier erstmal an der stelle ne lini rio und da fakir und chili well done sehr gut das könnte hier auch so ein low point 6 von 6 sein mittlerweile weiß ich aber nicht aber das hier ist schon sehr ordentlich so was hat denn hier still victor ach ne 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 da hab ich keine lust drauf das war sowieso zu umgehen soweit es geht inkipiert wo ist denn ähm dingens black philip hier das sind alles so arsch defensiven oh das mabs letzter angriff ähm ne werden sehen werden sehen dass dabei rumkommt das heißt phoenix empire ähm relativ klar geschlagen jetzt geht es dann im nächsten krieg gegen eine wo wir womöglich wieder am deckel kriegen also ich muss ja mal sagen unsere defensiven sind extrem gut also da sehe ich bei uns tatsächlich gar keinen handlungsbedarf in irgendeiner art und weise wenn ich mal ehrlich bin weil ähm wofür ja wir spielen auf hohem niveau und der gegner macht 5000 sagen wir mal unter 5500 punkte die haben ja noch 4 angriffe ähm das ist eigentlich schon stark ja naja wenn wir mal wieder überlegt haben da was äh zu ändern sehe ich jetzt nicht unbedingt tatsächlich ok perfekt ok da sind wir ja und sehen wir mal mit galapago aber wir haben jetzt grad mit rot gespielt ich will erst mal oh das ist ja eh alles grün oh bocker geht direkt auf so ein ok der junge ist motiviert wäre jetzt nicht einer gewesen auf den ich sofort gegangen wäre aber ok na 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 wir könnten ähm ich will eigentlich auch gar nicht so lange überlegen weil ähm so viel zeit haben wir auch nicht mehr mit dem team passt 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 nicht aber ist egal äh wobei bei schlauzunge er braucht sowieso länger als die beiden aber bei ihm mache ich das doch gerne noch so wenn ich ehrlich bin so ok let's go dann schauen wir mal was da jetzt abgeht sieben grüne brauchen wir sechs haben wir neun haben wir das das wäre schön ähm wir sehen hier ja oder wir spielen erstmal das eine match hier so jetzt haben wir hier ein match das natürlich auch die gelben zusammen bringt was gar nicht mal so schlecht ist ja das ist noch alles ja das ist noch alles in ordnung so collecten wir erstmal alles was wir kriegen können so jetzt jetzt geht die suche in die finale phase rein ähm wenn wir die roten machen haben wir ein gelbes match das ist erstmal gut weil wir dann Hachiko haben und dann kommen so langsam die Hitter alle ja ja gut das war jetzt nicht so cool das Gift vorher jetzt vorher auslöst weil das wird jetzt ah er hat Stand gehalten das ist schon mal gut so ja wir brauchen so langsam unser unser grün ok ein grüner weg das ist nicht so gut so jetzt hoffe ich einfach mal dass meine ähm ja dass genau die Seite in Ruhe gelassen wird ja ok das hat natürlich super funktioniert schön ok das ist natürlich jetzt schlecht jetzt können wir keinen jetzt können wir nicht mehr gewinnen ne eigentlich können wir jetzt auch rausgehen weil wir können das jetzt nur die haben natürlich durch die Goblins jetzt hier ähm die Erhöhung ne ne das ist natürlich nicht so super wir können jetzt halt hier wirklich nur noch gewinnen durch sehr viel Glück durch sehr sehr viel Glück aber bot ist halt auch nicht gut dass wir hier mal so mehrere äh oder einige Optionen haben ne wir wir pillern uns hier so ein bisschen was zusammen haben immer mal nur so ein Match ähm das ist natürlich auch viel zu wenig so jetzt kommt Dunkelfeder erneut ganz wie gesagt eigentlich können wir auch rausgehen wenn das Match noch ein bisschen länger geht oder wenn jetzt Vivica gleich die letzte ist die noch lebt mhm dann werde ich auch hier rausgehen tatsächlich weil ähm das macht dann keinen Sinn mehr ähm das jetzt hinkriegen dass Vivica noch überlebt könnte man noch mal was probieren aber dann kommt die Kombo die total unsinnig ist und uns überhaupt nichts bringt ne also das ist natürlich dann auch schön dieses Team hat im Moment die Scheiße am Fuß das hat am Anfang super funktioniert mittlerweile geht da gar nichts mehr das ist ein bisschen ähm faszinierend tatsächlich wieder so Anfangseuphorie gefühlt und danach geht nix mehr das ist schon albern irgendwie ok gehen wir mal weiter mhm dumm 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 komm mal hier hin probieren wir es mal wieder mit Rot Rot hat grad gut funktioniert so und und jetzt bitte nicht ankommen mit das Team ist nicht gut und sowas weil es jetzt einmal verloren hat im Krieg ja sowas sowas da macht man sich nämlich eher lächerlich mit wenn ähm wenn man mir immer dann so kommt und sagt das Team ist aber nicht gut hat jetzt einmal verloren ja aber das macht das Team schmälert das Team nicht funktioniert hier haben wir die Chance auf 4 grüne ok hat nicht funktioniert hier haben wir die Chance auf 3 grüne ok hat auch nicht funktioniert das ist schön diese kleinen Situationen dass die nicht für mich laufen im Moment aber gut wir haben ja erstmal hier an dann machen wir da was anders so und jetzt heißt es eigentlich erstmal gemütlich ghosten wir haben dicken Heal in der Hinterhand das heißt wenn da irgendwas gemeingefährliches kommt können wir das weg machen ich werde tatsächlich auf Giftfeuer spielen weil auf Starwalker habe ich keinen Bock und wenn ich hier spiele trifft es halt Starwalker ne so das ist ok weil jetzt kommt nämlich auch gleich Leo das war's wir warten nochmal einen Move hier ab einmal Brand noch passieren hier für ihn so und jetzt mal gucken reicht das wahrscheinlich nicht weil ja Giftfeuer ist auch so ein kleiner ein kleiner Penner der ich habe im PvP genau gegen die gleiche Konstellation verloren von Giftfeuer und Dunkelfeder da habe ich mir einen Wolf gespielt deswegen wusste ich gerade als es dann soweit war dass die ausgelöst haben da wusste ich dann ist Game Over weil das klappt dann nicht mehr ja ok gehen wir auf eine Mione mit unserer eigenen Mione umhaut alles fast hin so ja wir können Boni entfernen wir haben guten Damage dabei der einiges aushält also gucken wir mal mhm 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 gut wenig Gelb ne mhm wir haben hier mehrere Optionen tatsächlich würde ich die sogar hier machen die blauen dann haben wir nämlich vier grüne zusammen die Alternative wäre die grün zu spielen und dann da irgendwie zu hoffen dass da was kommt aber wir machen das hier tatsächlich auch diese Kombination und nicht die hier unten einfach aus dem Grund weil wir hier gelb wollen und da kommt tatsächlich dann auch das gelbe Match und ganz viel grün noch das ist natürlich glücklich ja okay war ja in Ordnung sie löst ja nicht aus der Prinzip gut wir machen das auch tatsächlich beides an da habe ich jetzt aber Glück dass sie jetzt bis zur dritten Aufladung wartet das ist ja eigentlich schon ziemlich ungewöhnlich jetzt nehmen wir die gelben noch weil wir haben Mana Boost an und sowas alles und dann sind die gelben nämlich wieder am Start und jetzt können wir mal eben gucken ein Zug noch den warten wir mal eben ab äh wir spielen das so da sollte wir eigentlich jetzt nichts triggern gut jetzt sind die Alpha Fähigkeiten weg und jetzt feuern wir es ging mir in erster Linie um die Immunität von Barclay weil der kassiert dann nämlich nicht ähm Christine ab deswegen so das nochmal so dann haben wir das gelbe Match und dann müssten wir sogar gewonnen haben ja alles klar okidoki mhm na der Ukonen sieht auch interessant aus aber irgendwie catcht der mich nicht wenn ich ehrlich bin so ich habe jetzt ein blaues Team noch mhm mit Starwalker das heißt da wäre natürlich irgendwas da ist aber keine Heilung dabei deswegen müsste man da ein bisschen gucken ähm irgendwas man da spielt Wachstum ach 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 ekliges Wachstum mhm naja da kann ich nicht mit blau spielen das wäre da würde sich aber Elkan richtig freuen ach warte mal wir können natürlich auch wir haben ja noch das andere lila Team äh wir haben ja noch ein lila Team genau dann lass uns doch mal gucken irgendwie zwei gelbe oder sowas haben wir hier alles volle 5 Sterne Truppen ist jetzt vielleicht nicht optimal noch irgendwo hier ist noch Doppelgelb hier ist auch Doppelgelb aber der ist der ist weiß ich nicht gefällt mir nicht gefällt mir so gar nicht ähm da 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 boah der hat aber alles voller 5 Sterne Truppen ne das ist nicht cool hm hm haaaah ach komm nehmen wir den boom und fangen dem Megaschwein dann ja dann überlebt er halt ja komm wir beruhigen den jetzt einfach wir nehmen den jetzt einfach mal hier ähm mit dem lila Team haben wir hier noch das das Lebleu hm hm gegen Boom und fangen ne da kann ich nicht mit Lebleu reingehen weil da ist äh Freya bei da ist Ogima und das ist das ist nicht nicht gut da kann ich aber auch nicht mit Sorrow da reingehen da müssen wir das Team ein wenig switchen oder ist da ein Alpha Spot bei oder generellen Spot da nein ok 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 können wir mal so ein bisschen mit der starken Farbe auf Angriff hier habe ich jetzt ein bisschen gelevelt jetzt jetzt ah guck mal siehst du die ist aber schon von den Werten her ein bisschen besser guck mal Defensive 18% hier 18 plus 1 sind schon mal 19 Lebensbonus 26 gibt es hier gar nicht Mana ah gut 7% ah ok der ist nicht mit 6 Steinen an gut das äh dann muss ich die noch nehmen mhm du kriegst die aber schon mal Aramis kriegt auch die angreifende so und zweimal Heilung gute Hits ach ich probiere es einfach ganz ehrlich mal ausprobieren testen wir ok mhm wir haben hier ein lila Match das könnte uns 4 äh blaue geben das würde ich einmal ausprobieren ok dann machen wir das jetzt so dann geht das dahin ok Todesstiefel haben wir schon mal ok ah der Versuch war da ähm wir können uns hier lila hinsetzen oh fuck my life wo kommt denn Ogima jetzt her oje den habe ich ja mal so gar nicht kommen sehen jo ok mhm das ging nach hinten los wir haben jetzt hier noch lila ja ja das ist verloren wo kann man denn auf einmal Ogima her den habe ich ja gar nicht am Zettel gehabt mhm gut rückgelaufen wir haben aber die Immunität zumindest drauf aber Finlay rauscht durch er kommt also da sind zwei sind bestimmt tot bestimmt bin ich fest von überzeugt so das heißt ok sogar noch einigermaßen gut gelaufen hm hm tja Problem bleibt aber dasselbe ne ist nicht mehr viel da hm tja tja wir arbeiten jetzt an an Erlang Shen jetzt hoffe ich dass der nicht revivet komm sei mal nicht so ok jo ach tun ach komm ach komm die ah mein Gott ja ist nicht mein Krieg rausgehen wenn er jetzt Thalassa raushaut dieses rasende Wildschwein ne guck dir an bumm 811 was zum Teufel ach dann das ist halt auch albern diese Schweine sind auch richtig albern ja haha schön also entweder ähm es läuft wieder oder es ist wieder so gar nix da das ist natürlich auch immer so wie wir es gerne wollen ne das ist immer schön hm 38 Punkte sollen wir hier noch irgendwas clean auch 38 Punkte gehen wir hier nochmal drauf weil wir nehmen jetzt das rote Team mit mal Galapago mit vielleicht hilft das mal Galapago mit vielleicht hilft das mal Galapago mit oder nehmen Galapago nicht mit wird wahrscheinlich eh nicht helfen also von daher äh da ist aber Ogima dabei mhm 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 schon mal so füllen wir uns das mal an äh du kriegst schon noch die ihr kriegt jetzt beide mal die und dann passt das herkommt ach mein Gott naja und da werde ich von die 51 Punkte so ist halt auch wieder nicht wirklich was so ne will ja nichts sagen so können die grünen spielen und hoffen dass da ein roter kommt, dann hätten wir ein rotes Match so wie es im Moment läuft würde ich mal eher sagen, das ist nicht der Fall das heißt, wir können hier die blauen spielen, dann ist der rote hier, der rote da, der ist da bringt uns eigentlich auch nichts, das heißt wir müssen das erstmal so machen und hoffen, dass da oh wow, ok die Helden sind einfach zu schwach weil sie können ihn nicht killen, das ist auch traurig ach boy ach mein Gott wie schlecht ist das denn jetzt wieder jetzt kommt halt wieder nix jetzt kommt er wieder so was ein Krampf aber auch schon wieder hart grinswertig gewesen, bin ich ja mal ehrlich ganz geil war das nicht weil wir ja immer noch hier rumgiften vor uns ey, das Gift alter, das Gift killt uns gleich schon was das denn das heißt ich muss ihn killen sonst bringt er ihn hier gleich wieder auf hohes Life zurück yo, dieses Gift alter, was ist das denn wenn du jetzt auf Lee gehst ne ok, immerhin immerhin vielleicht war das die Quittung weil ich beim Geburtstagsportal nicht beschwören werde ich weiß nicht ob dieser Krieg eine eine Retourkutsche ist keine Ahnung aber an Bord waren alle nicht geil aber beim besten Willen nicht kommen wir am Ende auf 207 ja schön schön aber was willst du machen meine Helden sind nicht so gut dass sie ähm einige Hits einstecken können die Kombination Dunkelfeder Giftfeuer ist ähm undankbar weil hier gibt es Wachstum und hier gibt es Verwelten und wenn da die Verteidigung hoch geht und bei dir der Angriff runter geht dann ähm wirkt das kontraproduktiv ne äh ja 207 ist nicht äh eigentlich nicht nennenswert aber ja so ist es nun mal kann man nicht ändern dafür haben wir andere Leute die einen carryen ne ist ja auch schön ist ja auch mal schön jo wir haben noch einen offenen Angriff ich glaube dass es noch S haben der hatte vorhin gefragt oder so kann das sein ne hat gar keinen mehr irgendeiner hat noch einen Angriff wird er wahrscheinlich gleich noch machen ähm ja also wie gesagt bin ich nicht mit äh Frieden aber mehr war auch nicht drin ich bin auch ähm ehrlich gesagt es ist auch mittlerweile müßig ich reg mich glaube ich nur noch wirklich sehr verbal auf wenn ich dreimal gegen den gleichen spiele und dreimal keine Steine kriege wenn ich drei unterschiedliche Teams nehme dann dann werde ich nur noch laut sonst äh habe ich mehr so ne wenn ich verliere so ne Gleichgültigkeit entwickelt irgendwie ich weiß nicht das ist ähm eigentlich nicht so typisch für mich aber ich hab halt vielleicht auch irgendwie jetzt über die Jahre so langsam äh gebe ich auf da irgendwie einen Sinn zu sehen ähm wenn ich keine Steine kriege dann ist das halt so dann dann verliere ich ja da ist der letzte Angriff ähm ich weiß dass meine Teams vor allem die Teams die jetzt verloren haben vielleicht jetzt nicht das ähm mit Talassa und äh Fortuna aber das mit Evelyn Wedel und Schlauzung und sowas das hatte gestern nur Scheiße am Fuß davor die Tage hat das jeden Gegner weggefegt ohne Probleme ja teilweise noch nicht mal vielleicht dann äh einen Held der dann kassiert hat weil ich dann auch gut gute Steine hatte ja ähm ist halt im Moment wieder nicht die Phase dieses Teams also müsste man jetzt mal wieder überlegen ob man das dann vielleicht zu einem Clean nimmt das Team oder sonst was ich hab keine Ahnung damit sich das mal wieder so ein bisschen bisschen fängt aber es ist halt alles Bullshit ne alles Bullshit-Gerede weil im Endeffekt wenn du reingehst hast du grün hast du gelb boom easy win ganz einfach ja es ist ja nicht so dass die Teams selbst wenn sie komplett auslösen dann einfach keinen Schaden machen weil sie scheiße zusammengestellt sind oder weil sie zu langsam sind oder sowas das trifft ja alles nicht zu und äh das sind halt die besten Helden die ich zu bieten habe ganz einfach also auch nicht wenn dann Leute mit äh Verbesserung vorstehen kommen nimm doch andere Helden nimm doch bessere Helden mh ja danke danke dafür dann ähm hau mal ein bisschen ein bisschen Geld rüber dann beschwöre ich dir ganz viel und dann habe ich auch ein paar andere Helden dann ähm kann man das machen aber so naja Siegesieg mhm deutlich tatsächlich hätte ich nicht gedacht aber ja passiert so ist es nochmal gut dann würde ich sagen Freunde vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns im nächsten Video macht's gut ciao ciao wir sehen uns im nächsten Video